Everybody fucking jump! Und dann mach ich neue Truppen schnell. Okay, kann man finden. Ja, das nervt gerade ein bisschen, wo es hinten und solche. Das passt doch. Hm, eigentlich nervt's ja überall, das da oben hin. Dann seh ich halt mein Gold nicht, aber scheiß drauf. Hm. Da, der könnte gut sein. Hm. Ja, der hat guten Dude. Jesus. Sicher theoretisch nur Freelude. Greif nee, nicht an. Oh je, das war sehr dumm, das war sehr dumm. Hier, hier lege ich den ganzen Push hin. Hier lege ich mal ein paar Wutys hin, Wutys hin, Wutys läuft, alles klar. So. Innen, innen lang, innen. Wieso gehen alle nach außen? Boah, das regt so auf. Oh je, das war ja. Oh. 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 meine troll bis ausprobieren habe ich neu gemacht in der mitte eingreifen los jo dann warten wir mal bis jemand angreift ja so hab zwei minuten lange ja so habe jetzt zwei und oder paar minuten gerade gewartet drei minuten und es greift keine ahnung anscheinend ist keine online mehr ja was soll man denn da machen ok ich weiß nicht was ich machen soll ich glaube ich bin hier das video nächstes mal gibt es glaube ich ein clash royale video und ciao ja